Generation EU und du, das war das heutige Thema und damit herzliche Grüße aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Gemeinsam in Marie-Therese Kaiser und Herrn Prof. Dr. Jörg Meuthen moderiert von Hans-Hermann Gockel haben wir über dieses Thema debattiert. Wollt ihr das euch anschauen, dann schaltet am 07.12. ein. Vielen Dank!